Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video zum Minecraft Snapshot 13w01b, also am Tag nach dem Release der 13w01a Version, gibt es gleich wieder einen neuen Snapshot mit verschiedenen Bugfixes, unter anderem wurde ein Bug gefixt vom Komparator, wenn man die hintereinander geschaltet hat, konnte es zu Endlosschleifen kommen, die Minecraft abstürzen ließen, das wurde entfernt. Außerdem gab es ein paar Bugs mit TNT-Explosionen, wenn man aus dem Spiel raus ist und wieder rein ist, hat das irgendwie nicht ganz funktioniert. Da haben die irgendwie weitergemacht oder was weiß ich, irgendwie waren die Explosionen verbuggt. Außerdem gab es einen Bug mit Gleisen, also mit Zuggleisen, gab es einen Glitch, dass da unendlich Gleise da waren. Es gab ein paar Null-Expointer, X-Kender-Expointer heißt es, glaube ich, Crashs, die entfernt wurden. Es gab einen Bug mit der Redstone-Torch, wenn man nämlich eine Redstone-Torch auf einen Block gesetzt hat und den Block unter der Fackel verschoben hat, dann ist die Fackel nicht abgefallen und dadurch wurde quasi der neue Redstone-Block unsinnig. Deswegen der Bug ist jetzt entfernt worden, also wenn man einen Block verschiebt, auf dem eine Redstone-Fackel steht, löst die sich. Mit diesen neuen Inventar-Features, also Shift plus Doppelklick gleich ein Stack machen und so weiter, gab es Crashs in Minecraft, eine Endloss-Schleife vom Komparator nochmal, also nochmal gab es zwei verschiedene Bugs mit Endloss-Schleifen, wurden also beide behoben. Wenn man einen Golem, einen Schneegolem oder einen Wither gemacht hat, ist nur jeweils ein Block verschwunden von diesem Bauplan, den man eigentlich hinstellen muss, ist immer nur ein Block weg und nicht alle zusammen. Der Trichter war noch verpackt, der hat teilweise Items aufgenommen, die er eigentlich nicht aufnehmen hätte sollen und andersrum manche Items nicht aufgenommen oder nicht weitergegeben, da wurden ein paar Bugs gefixt. Diese neuen Inventar-Mechaniken, also gerade dieses Shift und Doppelklick, haben irgendwie zusammen mit Crafting nicht so ganz funktioniert, wurde ein bisschen was gefixt. Wenn man während einer TNT-Explosion eine Kiste offen hatte und die Kiste eigentlich von der TNT-Explosion weggesprengt hätte werden müssen, ist Minecraft abgestürzt, das wurde gefixt. Man kann Nether-Quartz nicht schmelzen, muss man sowieso nicht, also man muss es ja abbauen, aber wenn man versucht hat, es zu schmelzen, gab es einen Crash. Nochmal ein Text-Bug, wie in der letzten Version auch, dass manche Schriften irgendwie nicht gepasst haben. Ja, und das war es eigentlich soweit schon. Kakteen können jetzt direkt neben Blöcken stehen, also die müssen ja normal immer einen Block neben sich frei haben, das mussten sie in der neuen Version nicht mehr haben. Das müssen sie jetzt wieder haben. Und dann gab es noch einen Duplikations-Bug mit Ingers, also mit Gold, Eisen und so weiter und mit Diamanten. Ja, also einige Bug-Fixes, was jetzt eigentlich nichts Spektakuläres ist. Einfach, ja, viele Bug-Fixes, wie viele sind es denn? 15 ungefähr. Aber ist ja auch klar, wenn man wieder eine neue Version rausbringt, in so einem frühen Stadium, wo noch nicht mehr alles fertig ist, ist klar, dass ein paar Bugs sich da reinschleichen. Ja, und die wurden gefixt. Und jetzt gehe ich nochmal auf ein paar Sachen ein, die ich im letzten Video vergessen habe oder nicht so erklärt habe, dass man es verstehen kann. Zum einen Mal, wie crafte ich denn eine Solarzelle bzw. so einen Tageslichtdetektor? Da habe ich euch das Crafting-Rezept nicht gezeigt. Das geht folgendermaßen. Hier unten drei Holzstufen, dann drei Nether-Quartz, also nochmal eine Verwendungsart für Nether-Quartz. Und dann kommt hier ein Daylight-Sensor raus. So kann man das Teil craften. Das Nether-Quartz wird auch noch für weitere Redstone-Objekte verwendet werden, die dann in den nächsten Snapshots vermutlich dann online gehen werden. Außerdem habe ich noch vergessen, die Nether-Bricks, die ihr euch jetzt auch selber craften könnt. Einfach hier Nether-Rack reintun, den brennen, dann kommen hier solche Ziegel raus. Nehme ich mal, die heißen Nether-Brick. Dann könnt ihr hier draus dann hier solche Steine bauen. Die heißen auch Nether-Brick. Ein bisschen blöd von der Benennung her. Aber ja, die kriegt ihr normalerweise im Nether nur durch Festungen. Und jetzt könnt ihr die euch eben auch selber herstellen. Genau, das waren noch ein paar Infos zur letzten Minecraft-Version. Ich hoffe, euch hat das Video hier auch wieder gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zu meinem nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.